Ich kann nicht glauben, dass ich hier am Set deines Films stehe. Stimmt es, dass ihr den ganzen Tanz in nur einem Take-off genommen habt? Stimmt genau, Study Queen. Ich würde dich gern weiter rumführen, aber ich muss ins Studio. Fühlt euch einfach wie zu Hause, okay? Hey, habt gehört, ihr checkt das Haus. Und wie gefällt es euch bisher? Bisher bin ich wirklich beeindruckt. Vor allem von diesem göttlichen Schminkspiegel. Was ist denn da passiert? Tja, ich hab keine Ahnung. Wie bizarr. Oh, da bist du ja, Grand Queen. Das ist wirklich ungeheuerlich. Wisst ihr vielleicht, was hier los ist? Naja, so ist das Haus der Überraschungen eben. Ein bisschen überraschend. Überraschend, sagst du? Gefällt mir. Dieser drehbare Spiegel ist entzickend. Kommt, Queens. Wir sehen uns den Rest dieses fantastischen Hauses an. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Ja, ich dachte, sie denken, das Haus spielt verrückt. Und dass sie deshalb nicht hierbleiben wollen. Wir müssen uns wohl was anderes überlegen, um Royal Bee hier zu halten. MC Swag, du kannst rauskommen. Alles okay. Also, Charm Queen, was hältst du von der Küche? Ach, die ist super. Ich musste direkt was backen. Wie wär's mit nem Snack? Hä? Wo sind meine Törtchen? Sorry, Charm Queen. Mia und Kitty haben so gut wie immer Hunger. Sie frisst einfach alles, was sie finden können. Und sie findet immer was. Kein Thema. Ich liebe Kätzchen. Und ich freu mich, wenn ich für sie kochen kann. Na du? Wir werden die allerbesten Freundinnen werden, oder? Mein kleines Schmusekätzchen. Wir müssen uns an den Zeitplan halten. Setzen wir den Rundgang fort. Äh, das hat auch nicht geklappt. Naja, es gibt auch gute Nachrichten. Mia und Kitty hat was übrig gelassen. Bis zum nächsten Mal.